Es ist überhaupt geil, wenn die Rettungskasse im Kaisermühlen-Dulln nicht funktioniert, was dazu sagen? Ich habe probiert, auf den rechten Pannestreifen zu fahren. Einscheinend war ich der Einzige, schon hat mich vorher eine überholt. Also bin ich zurück in den Fahrstreifen gekommen, hinter diesen LKW. Und wie es so aussieht, war ich bis jetzt der Einzige, der die Bildung einer Rettungskasse überhaupt versucht hat. Und das bitte im Tunnel, der da jetzt, ich weiß nicht, wie viel, drei, vier Kilometer lang ist. Und da ist nicht einmal versucht, eine Rettungskasse zu bilden. Und wenn da wirklich was Ernstes passiert, was machen die da? Weil dann kann man weder von hinten noch von vorne, von oben, ja, also von oben, wie sollte jetzt da von oben ein Helikopter hinein, ins Tunnel rein. Also die Leute sind echt so deppert. Und wie sich die da rechts benehmen jetzt da? Statt, dass sie sich ordentlich, rechtzeitig einordnen hat, die Fahnen nach vorn, nach vorn, nach vorn, dass die ja die Ersten sind, ja. Ich hoffe, dass man die Kennzeichen richtig sieht, ja. Weil das sind keine Zustände, bitte. Mein zweiter Versuch, eine Rettungskasse zu bilden. Was machen die hinter mir? Gut. Also die machen schon mit. Aber da vorne, ja, anscheinend kein Interesse, eine Rettungskasse zu bilden. Jetzt sind wir ein wenig gestanden, ja, die vorne reagieren immer noch nicht, ja, die hinten halbwegs schon, wie man sieht, ja. Aber es sind einfach viel zu wenige, die sich da an der Rettungskasse beteiligen, ja. Also das ist einfach Ignoranz, pure Ignoranz. Ich werde das schon zusammentun. Jetzt ist mal die Rettung, ist da vorbeigefahren, ja. Die Rettung muss links, rechts, links, rechts, links, rechts, mit Glück, wenn da Spalten sind, ja. Wenn die Spalten überhaupt jemand übrig lässt. Sonst hat die keine Chance. Ich habe das Beste, der, was von mir gemacht hat, ist mir wurscht, wer das ist, ja. Aber trotzdem, ich lasse Spalt, ja, damit, wenn jemand Interesse hat, sich an der Rettungskasse zu beteiligen. Aber der tut das nicht, der hat es einfach ausgenutzt, damit er vorankommt, ne. Macht der da links, was macht der? Na, was macht der liebe Herr? Ist das zu glauben? Ist das zu glauben? Ja. Also statt, dass er sich an der Rettungskasse beteiligt. Also ich habe echt keine Worte. Also ich kann selber die Rettungskasse gar nicht machen, weil ich komme mir da irgendwie lächerlich vor. Ja, was ist YouTube zu schwach, ja. Da sollte er in die Medien kommen, in die Hauptnachrichten. Wie soll man sich da eigentlich verhalten? Wenn man vielleicht einer der wenigen ist, die die Rettungskasse bereit sind zu machen und sonst keine andere. Ja, man sieht es, man sieht es. Ja, kein Interesse, Rettungskasse zu bilden. Und wenn man sie selber anfängt zu bilden, dann wird man nur frech überholt. Kurz existiert die Rettungskasse. Nur was war? Die Lkw-Fahrer fahren ran, okay. Kein Stau. Geben alle voll Gas, obwohl nach wie vor 60er steht. Ja, ich habe die 60er. Die anderen haben sie nicht mehr. Geh, Mercedes, ja. Das ist sicher keiner 60. Erst ab da, ab diesem Zeitpunkt, ist die 80. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.